Hallo meine Lieben, ich sitze hier gerade im Studio und ich möchte euch in zwölf kleinen Videos etwas zu meinem neuen Album Reparatur erzählen. Warum zwölf Videos? Es gibt zwölf Songs drauf. Los gehen tut's auf dem Album mit der Nummer Tanzen bei der Arbeit. Ist ein Song über diese auferlegten Dinge, die wir manchmal in unserer Gesellschaft haben. Man kann doch nicht mit jemandem schmusen, mit dem man zusammenarbeitet. Man muss immer schön professionell bleiben. Ich sage immer so, die Emotionen sind wichtiger als das professionell sein und deswegen gibt es auch diesen Song. Weil wenn man, egal ob man wo arbeitet oder nicht, wenn man irgendwie mit dem Herz dabei ist, dann wird auch mal geschmust bei der Arbeit. Ist vollkommen in Ordnung, darf man so machen. Musikalisch ging es da am meisten irgendwie, also diese, eigentlich basiert der Song auf dem, auf dieser Baseline. Das ist eigentlich das, worum es geht und das sollte irgendwie so ein bisschen wie so dahin marschierend sein. Und ja, wenn man irgendjemanden gern hat, dann kann es halt auch sein, dass mal ein bisschen Drama dabei ist. Aber so muss das sein. Und die Gitarren umrahmen das für mich irgendwie so. Schlagzeug ist ein gespieltes, ein organisches, ein bisschen, man sagt das Decken. Es ist ein bisschen zusammen mit anderen Sachen. Und ja, der Synthesizer, das ist auch ganz witzig, ist dieser ... ist eigentlich ein falsches Routing vom Klick. Das ist passiert am Anfang, schon beim Schreiben. Und ist nachher drinnen geblieben und ist sogar jetzt auf der Platte. Und war eigentlich ein Fehler, der dann zu einem Song geführt hat. Und ja, das ist Tanzen bei der Arbeit. Ich darf nicht tanzen bei der Arbeit mit dir. Man geht nicht tanzen bei der Arbeit, weil da müssen wir alle brav sein. Ich darf nicht tanzen bei der Arbeit mit dir. Ich darf nicht tanzen bei der Arbeit mit dir.